Der mehrfache Schriftsinn war im christlichen Mittelalter neben der Typologie ein beliebtes hermeneutisches Verfahren. Mit ihm konnten biblische Texte entweder auf zwei-, drei- oder auch auf vierfache Weise ausgelegt werden. Grundannahme war, dass das Wort der Heiligen Schrift nicht nur im wörtlichen, also buchstäblichen Sinne zu verstehen ist, sondern auch noch einen geistigen Sinn enthält, und diesen galt es auszulegen. Ein kurzes Merkgedicht gibt Aufschluss über alle vier möglichen Schriftsinne, die wir dem wörtlichen Sinn, dem sensus literalis einerseits, und dem geistigen Sinn, dem sensus spiritualis andererseits, zuordnen können. Der erste Vers, Littera gesta docket, repräsentiert den Buchstabensinn. Quid credas allegoria, der zweite Vers, zielt natürlich auf die Allegorie ab. Morales quid agas, als drittes auf die Moral. Und viertens quod tendas anagogia, auf die Anagoge. Und was das alles genau bedeutet, schauen wir uns jetzt an. Der Buchstabensinn, der sensus literalis, wird zuweilen auch als sensus historicus bezeichnet, denn er steht dafür, was tatsächlich geschehen ist. Auf der nächsten Stufe wird das Gotteswort mithilfe des sensus allegoricus dann allegorisch gedeutet, das heißt nach seiner heilsgeschichtlichen Bedeutung befragt, also nach dem, was man glauben soll. Der sensus moralis oder tropologicus zielt auf das Leben des Einzelmenschen in der Welt ab. Er fragt danach, was man tun soll bzw. wie man ein gutes Leben führen soll, damit die Seele zu ihrem Heil gelangt. Der sensus anagogicus schließlich bezieht sich auf die Eschatologie, also das, was in der Endzeit geschehen wird. Er fragt, wonach man streben soll und worauf man hoffen darf. Alle Sinne bauen dabei aufeinander auf, das heißt, der Buchstabensinn ist die Grundlage der geistigen Sinne, von denen wiederum jeder Grundlage für den Nächsten ist. Vielleicht wird das alles etwas deutlicher, wenn wir uns dazu nochmal ein Beispiel anschauen. Sehr beliebt zur Erläuterung des vierfachen Schriftsinns ist die Auslegung von Jerusalem. Nach dem sensus literalis oder sensus historicus, dem Buchstabensinn, ist Jerusalem die historische und geografische Stadt im Heiligen Land. Nach dem sensus allegoricus, der das Gotteswort ja heilsgeschichtlich deutet, steht Jerusalem für die christliche Kirche. Der sensus moralis oder sensus tropologicus, der die Lebensführung des Einzelmenschen betrifft, deutet Jerusalem als die menschliche Seele. Und nach dem sensus anagogicus, der Aussagen über das Jenseits trifft, steht Jerusalem für das himmlische Jerusalem, also für das Gottesreich. Natürlich wurde in der exegetischen Praxis nicht jedes biblische Wort derart detailliert ausgelegt. Aber es kam in der mittelalterlichen Literatur doch häufig vor, dass neben dem Buchstabensinn auch einer oder mehrere geistige Sinne intendiert waren. Allerdings konnten nicht alle Menschen auch jeden Schriftsinn verstehen. Während der sensus literalis jedem Menschen auch den simplices bzw. illiterati verständlich war, blieb der sensus allegoricus den intelligentes, der sensus moralis den profecti und der sensus anagogicus den sapientes vorbehalten. Auch wenn im strengen Sinne eigentlich nur das Wort Gottes derart ausgelegt werden durfte, und zwar von geistlich hochgebildeten Menschen, finden sich Beispiele für einen mehrfachen Schriftsinn auch in der profanen Literatur ab dem Ende des 12. Jahrhunderts. Ein Beispiel dafür ist die Minnegrotten-Allegorese im Tristan-Gottfrieds von Straßburg, von der ich im folgenden auf einen kleinen Ausschnitt eingehen werde. Zunächst wird die Minnegrotte beschrieben und dabei auch erst mal nach dem Buchstabensinn verstanden, denn Tristan und Isolde halten sich ja tatsächlich darin auf. Die Erzählung berichtet, die Grotte sei rund, weit, hoch und steil, außerdem schneeweiß und überall eben und glatt. Eine in der Tristan-Forschung weit verbreitete Interpretation dieser Beschreibung ist diejenige, dass die Minnegrotte analog zu einem Sakralgebäude, also einer Kathedrale gestaltet ist. Allerdings werden die beschriebenen Elemente der Grotte später nicht christlich-theologisch ausgedeutet, sondern anhand der Minnegrotte wird allegorisch ein Minneideal expliziert. Dass die Grotte rund ist, bedeutet nämlich die Einfachheit der Minne. Die Minne wiederum ist gut, wenn sie ohne Winkel ist, denn Winkel bedeuten Betrug und Tücke. Die Weite der Grotte symbolisiert die Stärke der Minne, die unbegrenzt ist. Und die Höhe der Grotte wiederum steht für die Hochstimmung des Gemüts, das sich durch die Minne bis in die Wolken emporhebt. Das heißt also, die Minnegrotte als Zeichenträger ist genauso weltlich bzw. profan wie die Minne als deren allegorische Bedeutung. Dennoch wird sie mittels christlicher Hermeneutik ausgelegt und das musste man sich erst mal trauen. Zusammenfassend halten wir fest, dass die christliche Philologie des Mittelalters Gottes Wort, also die Bibel, auszulegen und zu verstehen sucht und dabei bis zu vier Schriftsinne kennt. Neben dem Literalsinn, nämlich noch drei Geistige, die auf die Heilsgeschichte, auf die individuelle Lebensführung und auf die Endzeit ausgelegt sind. Der Sensus Literalis sollte als Grundlage immer berücksichtigt werden, aber nicht jede Bibelstelle muss auch auf alle Schriftsinne hin befragt werden. Und obwohl sich der mehrfache Schriftsinn eigentlich nur auf die Bibel richtete, wurde dieses Deutungsverfahren ab etwa 1200 mitunter auch auf weltliche Texte angewandt.